Boah, Urlaute hier! Wir sind zahlenmäßig ein bisschen überlegen. Bevor wir den Countdown starten, nochmal alle zusammen. Wo sind die Firmenläufer 2017 hier in Köln? Wo seid ihr? Starten wir an den Countdown, oder? Starten wir! Und zwar genau jetzt! 10, 9, 8, alle zählen mit! 7, 5, 3, 2, 1, Los geht's! Firmenlauf 2017 in Köln! Ein tolles Bild, hier geht's auf die Strecke. Viel Spaß auf 5,7 Kilometern. Der erste Block läuft, viel fort dabei. Ah, hier unten. Nicht dribbeln, jeder kommt auf die Piste. Nicht von Westenreich im Ziel, immer nächtig fürs Zielfoto. Und habt vor allem Spaß, die Uhr ist egal. Und nicht wundern, gleich machen wir einen kurzen Cut hier. Die erste Startbox hier durch haben. Ich bin ja gespannt, ob er Rock'n'Run auch die Channel dabei hat. Unser Music Store hier aus Köln. Wir sind jetzt hier unser Geburtstagskind. Wir sind jetzt hier unser Geburtstagskind. Weiß, die an die Köln. Und wir sind ja dringend. Und wir sind ja einfach hier in der Weile. Und wir sind jetzt hier los, die wir haben oft. aus den 5,7 Kilometern sehr gut extra weil es ein bisschen wenig ist ein bisschen auch Schlupfdesign inklusive Papaschlupf Hallo Papaschlupf da sind die Römer auch die wir vorhin im Interview hatten viel Spaß Kania Jakta jetzt geht es rund Sehr schön, ich bin es hier jetzt gesehen Hallo Wir haben den Block getrennt Die haben den Block getrennt Ach du Scheiße Dann bleiben wir hier, oder? Ja Aber gut gemacht Aber ich bin auch da hinten Wie war denn da auf 11? Ja Super Und die ersten 200 Meter werden gestoppt Ja So Jo Sehr gut Könnt ihr auch noch mal Glück haben mit dem Fett? Ich glaube wir sind rundum aber nicht Aber ich bin nicht Club Ich bin nicht Club Ich bin mein Mann Ich bin auf der Straße Ja Das ist die Rede Die Stimme Und die Stimme Und die ist der Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und da gab es nochmal einen Lauf. Oh, ich geh mal. Ja. Ich bin jetzt fertig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020